glatt nochmal umgesetzt und Aufnahme neu gestartet man weiß ja nie der war jetzt nicht gerade an bequem wie ich gesessen habe und drehen kann ich auch nicht also er hat Schleife von vornherein klar also von daher ganz viel Alsos ein ziemliches Arsenal was ist daran seltsam die Kompanie exportiert Waffen in die ganze Welt oh da haben wir noch was zum an glubschen bevor wir zu ihr gehen Greater Union Doc Wharf Riverside and General Laborus Union ok Doc 4 ist aber ist das nicht das Rebellsymbol oder bin ich da jetzt falsch Moment ich bin gleich bei dir Schnucki ich bin gleich da ich guck mich nur kurz um ok sind das wir irgendwas stimmt doch da nicht irgendwas ist doch ganz faul aber so richtig faul wie viel haben wir noch hier ich kann die Waffen nicht einsehen ok soll ich dich nehmen nee es ist doch seltsam dass die Wachen bis an die Zähne mit den neuesten Waffen ausgerüstet sind genug von ihren Vermutungen suchen wir das wofür wir gekommen sind sollen wir ich würde ihre Vermutungen gerne sehen äh gerne sehen nein nein ich sehe Vermutungen gerne obwohl sehen könnte auch stimmen weil äh sie will uns ja was zeigen ein sehr schlechtes Omen bestimmt wollen sie sich neu gruppieren uns bleibt wohl nur ein kleines Zeitfenster bevor sie zurückkommen jetzt der Beweisfrau wie sie wünschen ich mach vor oder ist das eine Falle oder soll man sich hier vorher noch umschauen ok ich hab mich umgeschaut wir können was jetzt untersucht die Ladung sucht nach auffälligen Kennzeichen auf den Kisten die Kisten die wir suchen haben das Abzeichen der Kompanie auf der Seite achten sie auf das Abzeichen es ist ein roter Stemmel da ist eine außer Reichweite hier ist eine das muss es sein was wir suchen heben wir diese hier runter brechheisen dann brechheisen brechheisen wir das nochmal auf sehen sie hin Ritter das ist das Übel gegen das wir kämpfen Vampire unmöglich aber wie die Halbblüter festigen ihre Macht mit dem Schutz der Lykaner in ihrem Land verbreiten Lord Hastings und seine Vampirbrut ihre solche Lord Hastings er kann keiner von ihnen sein viele in Whitechapel haben ihren noblen Lord spät in der Nacht auf der Jagd nach gefallenen Frauen beobachtet die Ripper Morde so nennen sie sie doch wie konnte sich der Mörder ihrer Meinung nach Commissioner Dolts Fangnetzen so lange entziehen Whitechapel ist zum Nährboden der Brot geworden nein oh fuck ist noch schlimmer als ich gedacht habe viel schlimmer wie viele von denen sind noch hier ja du fokussierst auf das Tor also gut ich wollte gerade sagen geht es nicht weiter die können wir nicht alle so töten oder okay weib was hast du geplant hier drüben ich habe Treibstoff gefunden okay ich zünde die hier an bereiten sie andere vor die die hier ist fertig da komm erledigt hier drüben und ich dachte dass der Vampirismus ist äh ne der die Lykanthropie ist noch das schlimmste aber Vampirismus wer wohl von Vampiren okay ich suche nach etwas um ihnen zu helfen hier ist eine Leiter ja gut dann mach mal am besten nicht schubsen hier ist noch ein Treibstoff tank okay der hier kann angezündet werden ja sind wir nach dem Rest also gut los übernehmen sie die restliche Fracht ich kümmere mich um die okay geht die politik raus na komm Komm, 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 mach ihnen Ja, ich hab irgendwie, hab ich Lust auf das andere Aber ich bin doch ganz Holger, das Spiel hier Das, äh, ja Ähm Wir müssen da rum Ah, okay Ich zünde die Kisten an Lenken Sie sie an Na komm hoch Ja Ich schlade nach Was macht der hier? Flinzenwaffe Toll Toll Ich hasse Arena-Kämpfe Ich hasse Arena-Kämpfe so sehr Ich zünde die Kisten an Lenken Sie sie an War der Plan Ja Komm Blinzen-Spezialist neutralisiert Wache ausgeschaltet Wache ausgeschaltet Ja, nein Ich hab doch X gedrückt So lästig So lästig Ja, Moment Kurze Pause Heieieieieiei Einmal umgesetzt Ähm Ja So schnell ich kann Small Cap Wurstela Schlagladen Hier brennt alles Geh in den nächsten Bereich Und wie Ihr seid in euch Halt'end sie auf Zack ils B B Aber 博 B Hint B Ziele erledigt! Scheiße. Kampan niemand getroffen! Nein! Ja, 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 ja! Die das nicht auf jeden Fall! Pass! Kleiner, Granate! Nein, was hat mich denn jetzt schon wieder getötet? Ich zünde die Kippen an, lecken sie sie ab! Wollt ihr auf die Zeit davon? Ich gehe so schnell ich kann! Ich muss sie da rüber. Ah! Okay. Gut. Ich muss nachladen! Ja cool. Hier brennt alles. Ich gehe in den nächsten Bereich. Flinte neutralisiert! Granate raus! Der kann nicht mehr Kaffee! Lass mich nicht mehr kaffee. Ich bin ein Pfad von der Maske! Oh, fuck. Oh, yeah. Yes. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, diesmal haben wir's geschafft nach gefühlt fünfhunderttausendmal. Das war die letzte. Zieh's zu! Das war die, diese. Oh, okay. Oh, okay, das ist alles. Okay. Oh, okay. Oh nein! Oh nein! Toll! Toll! Das heißt erledige die Ducaner! Aber erledigen tun die mich! Toll! Super! Echt! Klasse! Wir kommen näher! Zum Teufel mit ihm! Toll! Ich komm doch gar nicht so weit! Ja! Mein Finger soll vom Right Trigger sofort zum X! Bevor es aufgeploppt ist! Hallo? Ich hasse es! Sie rücken zu! Zum Teufel mit ihm! Ja! Weil es auch gar nichts bringt, wenn ich auf sie schieße! Weißt du was? Was? Lade nach! Was? Das macht zwei! Hier drüben ist eine Tür! Rani, bist du hier drin? Demi! Bin ich froh, deine Stimme zu hören! Rani, bist du verlässt? Nein! Noch nicht, aber schnell! Ich versuch die Tür aufzubrechen! Report, Rani! What. The. Stimme her! Oh, nein! Ah! Toll, jetzt war ich gerade ein bisschen im Schockstarten! Verlegen, ne? Nein! The. 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 Schock. Her. Toll. Die. Ich hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie sich nicht heraus. Wir sind hier fertig. Ja. Da hat sie recht. Eieieiei. Wie krass ist das? Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht schafft. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das Vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Schrecken. vivid zu den Menschen, der Stolz. Wofür widdern? Sie sind abhängig? Wo finde ich Sie? Flüstern Sie meinen Namen, Whitechapel, und ich werde da sein! Okay. Konfrontation. Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Ja. Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden. Bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist. Gott, sag's mir. Das ist hart. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Sie! Holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek! Ob das der richtige Weg ist? Die Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich glaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen... ...abstrusen Verdächtigungen hören. Steckt er mit dem Kanzler... ...in all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen! Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, Elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lord Kanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Ja. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das vereintes Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Tja. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten, wird deine Aussage deinen Vater überzeugen. Oder auch nicht. Wenn er mit drin steckt. Ich traue ihm nicht. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester, Lafayette... Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Vertraust du dem Richtigen? Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände wies sich als etwas schwieriger als geplant. Okay. Ich verträume zwar nicht, aber... Okay. Das Kapitel sagt, wir sind Waffenbrüder. Wir sind da. Hinterangang zum Gelände? Könnte so sein. Sehr interessante Wendung. Dann nochmal kurz die Aufnahmebänden. Und wieder neu starten. So. Na? Macht auch jemand auf? Sehr schick eingerichtet. Ja. Okay. 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 Ah, hier sind die Waffen. Eine Armbrust. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los gehen wir. Ja. Für uns ganz hoch. Wenn dich das Waffen-Tut. Ja. Was ist das. Das ist das Waffen-Tut. Oh. Ja. Was ist das Waffen-Tut. Ja. Was ist das Waffen-Tut. Also war das Waffen-Tut.